Hallo und herzlich willkommen zu diesem Library Showcase. Library ist neben YouTube meine liebste Content-Plattform inzwischen. Warum das so ist, wie Library genau funktioniert und was Library eigentlich ist, das möchte ich euch in diesem Video mal ganz kurz zeigen. Library ist eine Blockchain-basierte Open-Source-Content-Plattform, die über Peer-to-Peer-Netzwerke arbeitet. Und bevor ihr jetzt gelangweilt abschaltet, weil ihr möglicherweise nur Bahnhof versteht, starten wir mal mit dem, was die meisten von euch in erster Linie interessieren wird, nämlich mit einer Tour durch Library, bei der wir uns mal anschauen, wie die Plattform eigentlich funktioniert und wo die Vorteile gegenüber YouTube sind. Bevor ich dieses Video aufgenommen habe, habe ich mich auch mit den Jungs von Library in Verbindung gesetzt, was super schnell und easy funktioniert hat. Die waren auch sofort bereit, das Video zu unterstützen und haben mir 1250 Library-Coins zur Verfügung gestellt, die ich später an euch weggeben darf. Also bleibt am besten dabei, wenn ihr ein paar Coins abräumen wollt und vor allem, wenn ihr wissen wollt, was ihr mit diesen Coins eigentlich anstellen könnt. Ich habe für dieses Video eben auch ein paar Library-Coins bekommen. Dementsprechend werde ich das gesamte Video als Werbung kennzeichnen. Ihr bekommt natürlich trotzdem meine Meinung. Dieses Video hätte ich auch ohne die Unterstützung von Library auf jeden Fall gemacht, weil ich eben von der Plattform überzeugt bin. Es war trotzdem schön, direkt den Kontakt zu finden und ist auch was Besonderes und zeigt so ein bisschen, wie sehr die Leute hinter ihrer Plattform stehen. Besonders natürlich, wenn sich der CEO Jeremy Kaufmann auch persönlich die Zeit nimmt, sich mit Anfragen kleiner YouTuber zu beschäftigen. Während der Tour gehe ich dann auch immer wieder in die Details und kann dann hoffentlich auch alle Fragen, die ihr jetzt habt, beantworten. Ihr findet Library unter der Adresse library.tv und so sieht die Startseite aus. Da sind dann auch einige Rubriken drunter, zum Beispiel Videos, die schon seit langer Zeit gut laufen, Top-Content von heute. Da haben wir hier ein Hashtag drin, der wohl gerade sehr aktuell ist und so weiter und so fort. Im Prinzip könnt ihr die Seite ganz ähnlich nutzen wie auch YouTube. Sieht natürlich ein bisschen anders aus. Ihr könnt euch auch einloggen und dann Kanälen folgen, zum Beispiel und dann hier in eurem Following schauen, was da so drin ist. Wir sind im Moment nicht eingeloggt und unter All-Content findet ihr dann auch hier Trending, New und Top-Videos. New heißt dann eigentlich die Videos, die jetzt in den letzten Minuten so neu dazugekommen sind. Unter Trending genauso wie auch unter Top findet ihr den Content, der besonders aktuell ist, also viel geschaut wird und der vor allem auch besonders intensiv beworben wird. Wie Content auf der Plattform gerankt wird, schauen wir uns natürlich auch noch näher an. Hier unten sehen wir jetzt die erste Werbeanzeige und da kommen wir dann eigentlich auch schon zum mit dem größten Vorteil gegenüber YouTube. Wenn ihr die Library App nutzt, dann habt ihr keine Werbung. Das heißt, ihr könnt ganz gemütlich gucken, ohne irgendwelche Werbeunterbrechungen, was natürlich auch eine ganz tolle Sache erstmal ist. Und ich glaube, das geht auch, wenn man sich auf der Homepage einfach einloggt. Ich glaube, dann habt ihr auch keine Werbung. Ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, euch die App zu holen. Die sieht dann so aus. Und die funktioniert inzwischen auch wirklich gut. Die Videos haben kaum noch Ladezeiten. Es funktioniert alles richtig schön. Die sind top Qualität. Da kann man sich überhaupt nicht mehr beklagen. Die Plattform ist jetzt, also Library ist glaube ich 2015 gestartet. Das Projekt Library und es kommt jetzt wirklich zusammen. Also es wird immer besser. Und inzwischen ist die Plattform absolut nutzbar. Ich verfolge die schon seit ungefähr zwei Jahren. War mir dann anfangs noch nicht so sicher, ob ich da mal ein Video zu machen soll, weil die Plattform einfach noch sehr in dem frühen Stadium war. Inzwischen kann ich sie aber wirklich empfehlen. Und ich schaue da auch sehr gerne selber rein. Die Library App gibt es natürlich auch für Android und iOS. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel den neuesten Content von den Leuten, die ich abonniert habe. Das ist der erste Tab hier. Da gibt es dann noch diverse weitere. Was hier so drin ist und was das eigentlich hier für Rubriken sind, das ändert sich sehr häufig. Ich habe euch ja vorher auch gezeigt unter alle Inhalte. Da gibt es ja auch diesen Trend Neu-Spitze. Was da reinkommt, ändert sich auch immer mal wieder so ein bisschen. Ähnlich wie auch sich der YouTube-Algorithmus immer ändert. Also das ist nichts, was hier in Stein gemeißelt ist. Was ich euch jetzt erzählen kann, zum Teil dann in einer Woche schon wieder ein bisschen anders sein. Und hier haben wir zum Beispiel Trends für meine Schlagworte. Die Schlagwörter könnt ihr selber einstellen. Und zwar hier. Da habt ihr dann eure Schlagwörter. Die könnt ihr hier verwalten. Da könnt ihr dann neue hinzufügen, irgendwas mit rausnehmen. Und das funktioniert aber aktuell noch nicht so wirklich gut. Auch weil es noch nicht so mega viel Content gibt. Also noch mit YouTube natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Dementsprechend findet man dann noch nicht so wirklich spezifisch den Content, den man sucht. Also der Content, der mir vorgeschlagen wird, der passt meistens jetzt nicht so wirklich gut. Wenn ich irgendwas Spezielles suche, dann finde ich meistens auch Kanäle, die da guten Content zu bringen. Aber das, was hier vorgeschlagen wird, ist jetzt für mich normalerweise nicht wirklich interessant. Ganz unten finden wir auch noch das Neueste von Library. Das hier sind die Videos, die von Library direkt rauskommen. Das sind nicht nur Videos. Das ist dann praktisch direkt der nächste Punkt. Das ist eine Content-Plattform. Das heißt, hier gibt es auch Videos. Hier gibt es aber auch zum Beispiel einfach Textdateien. Hier gibt es Dateien zum Downloaden. Hier gibt es Audiodateien. Hier gibt es Bilder. Das heißt, nicht alles hier sind Videos. Das sind zum Beispiel hier gar keine Videos, sondern das sind alles Textdateien, die wir uns anschauen können mit Infos. Das sieht dann so aus. Und da ist es schon. Da sind auch jetzt viele Videos eingebettet zum Beispiel. Und also man kann auf Library alles veröffentlichen. So ziemlich. Videos machen aber doch einen sehr großen Teil auf jeden Fall aus. Der zweite große Vorteil von Library gegenüber YouTube ist jetzt ein bisschen komplexer. Da geht es darum, wie die Plattform eigentlich funktioniert. Und zwar ist Library ein in sich geschlossenes Ökosystem. Content-Ökosystem könnte man sagen. Und das ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit YouTube. Das funktioniert komplett anders. Dahinter steht ein Konzept, was mir unglaublich gut gefällt und was meiner Meinung nach auch wirklich Potenzial hat. Um das genau zu erklären, muss ich jetzt aber ein bisschen weiter ausholen. Und da nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel YouTube, weil das einfach die größte Videoplattform ist und wir die wahrscheinlich alle gut kennen. Außer denen von euch, die das Video jetzt auf Library gucken und vielleicht mit YouTube gar nicht so viel am Hut haben. Ein Shoutout an alle Library-Abonnenten an der Stelle, die das Video hier nur auf Library schauen. Der größte Unterschied zwischen Library und YouTube liegt in den Abhängigkeiten. Und das hat man bei YouTube zum Beispiel ganz gut gesehen während der Adpocalypse, wie das von den YouTubern ganz gern genannt wurde. Es gab mal eine Zeit, in der YouTube große Probleme hatte, weil Terroristen Videos auf YouTube veröffentlicht haben. Damals war das noch ein bisschen einfacher. Da war die Kontrolle noch nicht so groß und da war das tatsächlich möglich. Und diese Videos haben teilweise auch sehr viele Aufrufe bekommen. Es gab dann einen ziemlichen Medienskandal. Das wurde alles ziemlich hochgespielt, weil YouTube dann ja in deren Augen nicht schnell genug reagiert hätte und ähnliches. Und da sind dann sehr viele Werbetreibende ausgestiegen, große Firmen. Und dementsprechend hatte YouTube dann weniger Werbung, die sie schalten konnten, haben natürlich deutlich weniger Geld verdient. Und dann hat man auch gesehen, wie das System funktioniert. YouTube basiert natürlich komplett auf diesem Werbesystem. In dem Moment, wo Werbetreibende aussteigen, funktioniert YouTube nicht mehr. Das führt dann natürlich dazu, dass der normale Nutzer und auch die Content Creator nicht wirklich viel zu melden haben. In dem Moment, wo YouTube irgendwie merkt, dass an dem Content vielleicht irgendwas nicht werbefreundlich ist, wird der sofort demonetarisiert. Also auch beispielsweise große Nachrichtenkanäle wurden dann demonetarisiert. Und alles, was irgendwie in eine Richtung geht, die nicht werbefreundlich ist, also beispielsweise einfach Katastrophen, Nachrichten und ähnliches, das funktioniert auf YouTube nicht mehr, weil das die Werbetreibenden nicht wollen. Und dementsprechend hat es dann auch auf der Plattform eigentlich nichts mehr verloren. Was natürlich sehr traurig ist, weil so eine Plattform nicht nur von Werbung oder Werbetreibenden lebt, sondern der wichtigste Teil ist natürlich eher Content Creator und die Nutzer in meinen Augen. Vielleicht in euren Augen auch. Und das ist bei YouTube einfach was, was stark vernachlässigt wird, was eben hinter der Werbeindustrie zurückstehen muss. Bei Library ist das anders. Library ist, wie gesagt, ein eigenes Content-Ekosystem. Und da gibt es eben diese Abhängigkeiten aktuell noch nicht. Und es sieht auch nicht so aus, als würden die kommen, weil das ganze System komplett anders aufgebaut ist. Die Macher von Library haben verstanden, dass Content Creator und der ganz normale tägliche Nutzer, die sind, die so eine Plattform eigentlich ausmachen. Und dass Werbung natürlich auch wichtig ist. Es wird auch auf Library Werbung geben. Aber Werbung ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Es ist ein Mittel, um Dinge zu finanzieren. Es sollte aber nicht irgendwie der wichtigste Punkt und die Existenzgrundlage einer Plattform sein. Und genau das wird hier berücksichtigt in Library. Wie gesagt, es wird Werbung geben. Es gibt auf der Seite, wenn man nicht eingeloggt ist, inzwischen schon Werbung. Und es ist auch groß angekündigt, dass es Werbung geben wird. Neben dem öffentlichen Library-Kanal auf library.tv gibt es natürlich auch die Roadmap, die man sich hier mal anschauen kann. Und da sehen wir schon, die haben wirklich große Pläne. Die machen da wirklich Progress aktuell. Da kommt richtig viel dazu. Da tut sich wirklich enorm was aktuell. Und da stehen dann auch Sachen drin, wie zum Beispiel, dass Werbung kommen soll. Wo genau das jetzt stand. Ich glaube, das war jetzt in Mitte 2020 war das dann geplant, dass auch mehr Werbung integriert werden soll. Es gibt inzwischen auch die Möglichkeit, Geld für Videos zu verlangen. Also nicht alle Videos auf Library sind jetzt kostenlos. Wenn die was kosten, dann wird es aber angezeigt. Dann kann man eben sagen, ja, das gebe ich dafür aus oder das gebe ich eben nicht dafür aus. Und das schaue ich mir nicht an. Und da soll es dann auch die Möglichkeit geben, dass Nutzer Werbung gucken, anstatt zu bezahlen. Das heißt, wenn ihr ein Library-Coin bezahlen müsstet, um so ein Video zu schauen, dann könnt ihr entsprechend auch einfach Werbung gucken und nichts bezahlen. Und umgekehrt genauso, wenn ihr keine Werbung sehen wollt, könnt ihr dann eben das Video auch einfach freischalten, indem ihr da ein, zwei Coins für bezahlt. Es gibt also dann auch allgemein sehr viel mehr Möglichkeiten. Also wenn euch das interessiert, was da so geplant ist und wie die Plattform sich weiterentwickelt, dann schaut unbedingt in diese Roadmap rein. Die ist unglaublich interessant. Die habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wir schauen uns jetzt erstmal den Ist-Stand an. Und im Moment sieht es so aus, dass die meisten Videos noch kostenlos sind. Es gibt hier auch, glaube ich, einen eigenen Tab, wo Videos was kosten. Das sieht dann, irgendwo war da sowas. Der ist, glaube ich, schon wieder weg. Der ist möglicherweise schon wieder raus. Und, ah doch, hier ist er. Hier, Paid Beta. Das ist im Moment noch in der Beta. Das heißt, das ist noch gar nicht final. Aber im Moment sieht es so aus, dass man hier sieht, das Video kostet 10 LBC. Wenn ich die, also 10 Library Coins, wenn ich das kaufen möchte, dann muss ich die dafür bezahlen. Ansonsten kann ich das Video aktuell nicht schauen. Ja, und was sind eigentlich Library Coins? Dann sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Ihr seht hier oben meine Library Coins. Das sind praktisch die Credits, die ich zur Verfügung habe. Und das ist eine eigene Kryptowährung. Die ganze Plattform basiert auf einer eigenen Kryptowährung. Das ist jetzt nicht wirklich interessant für den Standard Nutzer, ist aber trotzdem sehr interessant zu wissen. Deswegen gehe ich da auch noch kurz drauf ein. Diese Library Coins sind natürlich eine Kryptowährung, die man tauschen, kaufen kann, wie andere auch. Auf CoinGecko sehen wir hier auch den Kurs zum Library Coin. Der war am Anfang sehr viel wert, ist dann abgestürzt. Und dann zwischendrin war immer wieder sehr viel wert. Seitdem dann eher so stabil bei, ich glaube, so ungefähr 20, 30 Cent. Im Moment sogar ein bisschen mehr wieder. Also die Plattform entwickelt sich auch aktuell sehr gut, wie gesagt. Und den Library Coin gibt es jetzt auch schon ein Weilchen. Wohl hier seit 2016. Das weiß ich gar nicht genau. Ist jetzt auch nicht super relevant. Aber es ist eben die Kryptowährung, auf der die Plattform basiert. Nur damit ihr auch wisst, was das eigentlich ist, womit ihr hier dann auf der Plattform arbeitet. Denn das ist für alle relevant, weil es eigentlich gar keine Likes oder sowas gibt. Die Plattform funktioniert komplett anders als YouTube. Es gibt hier keine Likes auf den Videos. Wir können mal einfach jetzt ein Video anklicken, um uns das näher anzuschauen. Das lädt dann kurz und geht dann auch sofort los. Also die Plattform läuft schon wirklich gut. Ich bin da super zufrieden mit. Und hier sehen wir jetzt, was wir dann als normalen Nutzer so machen können auf der Plattform. Wir können natürlich die Videos teilen, auf Social Media und so weiter, genauso wie auch auf YouTube. Wir können reposten, was super interessant ist. Wenn ihr ein Video repostet, dann erscheint es auf eurem Kanal. Ihr könnt hier euren Kanal auswählen und dann erneut veröffentlichen. Und dann erscheint das Video eben auf eurem Kanal. Und alle, die euch folgen, wenn ihr Freunde habt, die vielleicht ähnlichen Content mögen, die können euch dann einfach folgen. Und dann könnt ihr das Video reposten. Und dann sehen die das sofort, dass ihr ein neues Video repostet habt und können sich das auch anschauen. Also eine super coole Funktion. Natürlich könnt ihr Kanälen auch folgen. Ihr seht, ich folge dem Kanal hier schon. Das ist der Follow-Button, ganz genau wie auch in YouTube. Dann gibt es die Möglichkeit, hier zu spenden. Das ist eigentlich auch die einzige Form eines Likes. Das heißt, wenn euch ein Video gefällt und ihr sagt, hey, das ist cool, das habe ich gerne geschaut, davon soll mehr kommen oder so, dann gebt ihr hier zum Beispiel einfach ein, zwei Library Coins. Was ich normalerweise bekomme, ist so 0,5 bis 2 Library Coins von Zuschauern. Und da freut man sich natürlich immer drüber. Das ist so das Äquivalent zu dem Like auf YouTube. Und wenn euch ein Video richtig gut gefällt, dann könnt ihr eben mehr geben. Wenn es euch nur ein bisschen gefällt, weniger geben. Und das ist eben sowas, was diese Plattform auch wirklich äußerst interessant macht. Ich finde das Video gut. Deswegen geben wir da jetzt mal einen Library Coin. Das müssen wir dann noch bestätigen. Und jetzt schicke ich da ein Library Coin zu Animal Facts. Das ist für mich jetzt was ganz anderes, als einfach nur Like zu drücken. Natürlich heißt Like, das Video hat mir gefallen. Und das ist eine tolle Sache. Hier kann ich aber sagen, das Video hat mir mehr gefallen. Es hat mir weniger gefallen. Es hat mir gar nicht gefallen. Und kann das so ein bisschen quantifizieren. Das heißt, wenn jetzt ein Content Creator sich wirklich viel Mühe gibt, um ein sehr komplexes Video zu machen, was ihn viel Zeit kostet, und ich das wirklich zu schätzen weiß, dann kann ich ihm auch einfach mal 5 oder 10 Library Coins geben, um zu zeigen, dass ich das auch wirklich zu schätzen weiß und dass ich mir solchen Content für die Zukunft auch weiter wünschen würde. Ansonsten, wenn da kein großer Feedback kommt, dann wird sich der Content Creator wahrscheinlich sagen, okay, das war jetzt zu viel Aufwand für den Return. Das heißt, genau wie auf YouTube, das schauen sich nicht viele Leute an. Es war aber sehr viel Aufwand, so ein Video zu erstellen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht wieder machen. Man hat hier also als Zuschauer eine deutlich direktere Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, was für Videos eigentlich kommen. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, ich will jetzt aber nicht so viel Geld investieren. Ich kann mir das gar nicht leisten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt von Library. Und das ist eben der Punkt, den ich auch schon genannt hatte. Und zwar, dass Library als eigenes freies Ökosystem den Nutzen von jedem Nutzer auch zu schätzen weiß und quantifiziert. Das heißt, nicht nur Content Creator bekommen hier zum Beispiel Library Coins, sondern auch als Zuschauer bekommt man einfach nur beispielsweise fürs Zuschauen Library Coins. Und das können wir uns hier auch mal anschauen. Da gibt es so ein Rewards-System. Das ist, glaube ich, hier irgendwo in der Gegend. Wir kommen zu dem Video nochmal zurück. Hier ist das Prämiensystem. Und da gibt es Prämien für alle möglichen Dinge, beispielsweise für Invites. In der Videobeschreibung findet ihr meinen Invite-Code. Wenn ihr den nutzt, bekommt ihr 15 Library Coins und ich bekomme auch 15 Library Coins. Das ist schon mal ein gutes Beispiel dafür. Ansonsten gibt es auch für einfaches Zuschauen, wenn ihr so und so viele Views erreicht, bekommt ihr Library Coins. Wenn ihr einfach ein Video schaut, bekommt ihr jeden Tag irgendwie 0,5 bis 50 Library Coins. Jeden einzelnen Tag. Und die könnt ihr dann eben nutzen, um den Content Creators was zurückzugeben, um Videos praktisch zu liken, um dem einen dann Library Coin da zu lassen, und dem anderen 0,5 da zu lassen, je nachdem, wie ihr die Videos fandet. Ihr habt also die Möglichkeit, ohne irgendwas zu bezahlen, auf Library den Content zu supporten, der euch gefällt. Und so auch der Plattform dann letztendlich weiter zu helfen. Und das ist einfach ein unglaublich tolles System, was mich absolut überzeugt und wovon ich wirklich hoffe, dass es sich durchsetzt, weil es natürlich viel schöner ist als irgendeine werbegetriebene Plattform wie jetzt YouTube. Hier bekommt ihr zum Beispiel Library Coins für Reposts. Das heißt, wenn ihr andere Videos repostet, dann bekommt ihr dafür auch Library Coins. Auch eine coole Geschichte. Und hier sind wir dann beim Giveaway. Das habe ich ja schon angekündigt. Über den Code DANKE NICHES bekommt ihr 50 Library Coins für den Start, damit ihr hier richtig gut einsteigen könnt in die Plattform. Das Ganze ist auf 25 Nutzer begrenzt. Das heißt, wenn ihr da zu spät seid, dann bekommt ihr da leider keine Coins mehr ab. Das heißt, am besten gleich hier einen Account erstellen und einlösen. Hier unten sehen wir dann auch, was ich so in letzter Zeit bekommen habe. Zum Beispiel im Juni habe ich 60 Library Coins bekommen für den Content. Das heißt, für die Videos, die ich online gestellt habe, da haben die Leute mir insgesamt knapp 60 Library Coins gespendet, weil sie die Videos hoffentlich alle gut fanden. Außerdem hatte ich hier ein Level Up für das Update des Clients. Bekommt man auch meistens ein paar Coins. Außerdem habe ich hier als YouTube Partner nochmal 508 Extra Coins bekommen. Da gehen wir auch noch ganz kurz drauf ein. Für alle von euch, die selbst einen YouTube Kanal haben und für die das interessant ist, gibt es die Möglichkeit, sich selbst als Creator zu verifizieren und dann auch entsprechend jeden Monat ein bisschen was zu bekommen. Das ist hier abhängig davon, wie viele Subscriber ihr auf YouTube habt. Und ihr könnt auch einen automatischen Upload eurer YouTube Videos auf Library einrichten, sodass ihr euch da gar nicht großartig drum kümmern müsst. Also das ist eine super coole Funktion, um einfach auch ein paar Leute hier auf Library zu erreichen. Und ganz nebenbei bekommt man natürlich auch so ein paar Library Coins. Das heißt, wenn ihr 10.000 Abonnenten habt, dann bekommt ihr zum Beispiel jedes Jahr 4200 Library Coins, was natürlich auch eine coole Geschichte ist. Einfach so ganz nebenbei. Ja, und sonst sehen wir hier, ich habe zum Beispiel wieder 10 Coins bekommen, weil ich ein Video gesehen habe. Das war einfach nur ein paar Videos geguckt und dann habe ich den Daily Watch Reward bekommen. 10 Library Coins. Da kann ich dann zum Beispiel wieder 10 Leuten einen Library Coin für ihre Videos geben, wenn ich die gut fand. Ja, soviel erstmal zu dem Thema eigentlich. Und wir sehen auch hier unten rechts am Rand läuft das Video weiter. Das heißt, ich könnte das auch einfach weiterlaufen lassen, minimiert, was auch total cool ist. Also die Plattform funktioniert wirklich schon sehr gut. Ich bin super zufrieden damit. Manche Funktionen der App sind inzwischen wirklich Spitzenklasse und es macht wirklich Spaß, die zu nutzen. Jetzt habe ich euch schon unglaublich viele Möglichkeiten gezeigt, wie ihr als normalen Nutzer einfach hier mitbestimmen könnt und die Plattform so in die richtigen Bahnen lenken könnt. Content-mäßig. Und das ist immer noch nicht alles. Also man kann immer noch mehr machen. Hier gibt es zum Beispiel noch den Support-Button. Der funktioniert wieder ein bisschen anders als die Spende. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, ein Video zu supporten. Das heißt, angenommen, das Video gefällt euch so gut, dass ihr unbedingt wollt, dass das auch andere sehen oder dass ihr das weiterempfehlen wollt, dann könntet ihr theoretisch, das könnt ihr übrigens auch mit euren eigenen Videos machen, hier einfach mal, sagen wir mal, 100 Library Coins staken, also supporten. Das könnt ihr bestätigen. Und jetzt habt ihr dieses Video mit 100 Library Coins unterstützt. Ihr seht, das Video hat bis jetzt noch überhaupt nichts bekommen, bevor wir da waren. Wir sind hier bei 0,14 Library Coins. Das heißt, da hat niemand was gespendet, da hat niemand irgendwas gemacht. Wenn wir das jetzt aktualisieren hier, wofür es jetzt aktuell wohl noch keinen Button oder so gibt, das heißt, ihr müsstet das kurz neu aufrufen, ist jetzt auch nicht das, was man normalerweise irgendwie nutzt. Dann sehen wir hier aber, inzwischen hat das Video 101,14 Library Coins. Das ist einmal der Library Coins, den wir gespendet haben und das sind die 100 Coins, die wir hier als Support gesetzt haben. Diese Supports könnt ihr jederzeit wieder rufen, also wieder einkassieren. Das ist einfach nur so ein temporärer Support für das Video. Das heißt, das hat jetzt, ihr könnt es einfach mal für ein paar Tage da drin lassen, einfach mal drei Tage diese Library Coins hier staken, heißt es. Und danach könnt ihr euch die wieder zurücknehmen und das kostet euch überhaupt nichts, aber ihr habt eben dem Creator hier geholfen, dass das Video von mehr Leuten gesehen wird, ohne dass es euch was gekostet hat. Das ist also anders als die Spende. Mit der Spende spendet ihr die Library Coins und die gehören dann ihm. Mit dem Support supportet ihr ein Video und bekommt die dann später zurück, wenn ihr euch die aktiv zurückholt. Hier unten sehen wir auch bei den ABC Details genau, was hier läuft bei dem Video. Ihr seht zum Beispiel, dass der fürs Veröffentlichen hier 0,01 Library Coin bekommen hat und dann sehen wir hier die Supports und Tipps. Das heißt, der hat hier 101 Coin Support und Tipps bekommen, die alle von uns sind. Und wir sehen auch den Staked Amount. Das heißt, das ist das, womit das Video momentan praktisch gestaked ist. Das sind alles Library Coins, die in diesem Video drin stecken aktuell. Und wenn man die rausnimmt, dann wird das Video auch ein bisschen niedriger gerankt. Das ist eben diese Funktion, diese Ranking-Funktion. Je mehr Library Coins so ein Video hier gestaked hat, desto höher erscheint es dann in der Suchliste. Und so kann man sein Content so ein bisschen nach oben pushen. Das funktioniert aber meistens nur kurzfristig. Also wenn der Content schon älter ist, dann funktioniert das auch nicht mehr so gut. Das ist also ein wichtiger Punkt, wenn ihr selber Creator seid oder wenn ihr Videos habt, die ihr besonders gut findet und die ihr pushen wollt, dann ist das eben ein ganz wichtiger Punkt, dass das mit vielen Coins supported wird. Na klar, je mehr man investiert, desto besser ist das Video dann hoffentlich auch und desto höher wird es dann eben auch gerankt. Das ist aber nur ein Punkt des Rankings. Natürlich wird auch mit einbezogen, wie viele Leute das gucken. Allerdings eben nicht so stark wie auf YouTube. Was ich auch sehr gut finde, also ich finde das System eigentlich ganz gut, weil wirklich nur der Content, der besonders, wo man besonders viel reinsteckt, auch besonders hoch gerankt wird. Das heißt, so mancher Content, den man auf YouTube sieht und vielleicht dann lieber doch nicht gesehen hätte, der wird hier gar nicht erst so hoch gerankt, weil es niemanden gibt, der den so hoch supportet, dass der in den Suchanzeigen dann auch wirklich, in den Suchanfragen wirklich hoch gerankt wird. Es sei denn, man sucht jetzt spezifisch nach Keywords und findet den dann eben zufällig, weil da zu dem Keyword es wenig anderes gibt beispielsweise. Hier sehen wir noch Dateidetails und Sprache und wir sehen auch, wo das Video gespeichert ist. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr diese Plattform nutzt. Das ist eben eine Peer-to-Peer-Plattform. Das heißt, die Videos liegen nicht auf zentralen Servern, jedenfalls die meisten nicht. Also es gibt immer noch zentrale Server, auf denen Dinge gespeichert werden, aber eben nicht nur. Die meisten Sachen werden Peer-to-Peer, das heißt, bei anderen Nutzern gespeichert und ihr ladet dann das Video nicht von einem Server runter, sondern teilweise von einem Server, teilweise von dem Nutzer, teilweise von dem Nutzer, teilweise von noch einem anderen Nutzer. Das sind so einzelne Pakete, die ihr euch da überall zusammensammelt und genauso stellt ihr eben auch Videos zur Verfügung. Das heißt, die Videos, die ihr geguckt habt, die werden auf eurem PC zwischengespeichert und wenn jemand sich das Video dann anschauen möchte, dann werden da auch Pakete von eurem PC abgefragt und er lädt praktisch Teile des Videos von eurem Computer runter. Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Dateien natürlich irgendwo zwischengespeichert werden müssen. Das heißt, ihr braucht auch ein bisschen Speicherplatz dafür. Je nachdem, wie viel ihr zur Verfügung habt, ist es dann ein bisschen problematisch teilweise. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, wo die Sachen gespeichert werden. Ihr könnt das Download-Verzeichnis hier einstellen. Ich habe das jetzt auf X, Library Cache und das Verzeichnis könnt ihr dann auch jederzeit löschen komplett. Also wenn ihr sagt, ihr habt jetzt zu wenig Festplattenplatz und müsst da Platz schaffen, dann geht ihr einfach in das Verzeichnis und löscht alles raus, fertig. Und dann habt ihr erstmal wieder Ruhe. Man muss also hin und wieder mal diesen Cache leeren, damit der PC da nicht komplett zum Müllt. Das ist eben super einfach und ihr könnt es einfach auswählen. Dann seht ihr das hier, Library Cache, dann geht ihr da rein und löscht eben alle Dateien draus, die da möglicherweise drin sind. Da sind sogar aktuell gar keine drin, also coole Sache. Das reinigt sich auch selbst ganz gut inzwischen. Das sind halt eben Dinge, die sich oft ändern. Also ich hatte da auch schon ziemlich vollen Ordner teilweise, musste den dann mal löschen, aber nur damit man eben, damit ihr wisst, wie das genau funktioniert. Ja, jetzt habe ich langsam schon so ein paar Punkte abgehakt. Also ich denke, Peer-to-Peer ist damit ganz gut erklärt. Dann haben wir hier noch unter alle Inhalte auch die Möglichkeit, nach bestimmten Typen zu suchen, also Dateitypen. Wir können eben nach Videos gucken. Wir sehen das auch hier so ein Symbol, dass das ein Video ist. Das hier ist zum Beispiel ein Bild und das hier ist irgendwie eine Datei und ein Video. Und da kann man auch hier spezifisch suchen. Das heißt, wenn wir jetzt nur nach Bildern gucken, dann sollten wir auch nur Bilder finden. Genau, das sind jetzt alles Bilder. Hier haben wir ein Bild, das kostet 0,1 LibraryCoin, wenn man das haben oder sich in groß anschauen möchte. Und da sind auch manchmal Sachen drin, die da eigentlich nicht so reingehören. Es gibt nämlich extra in den Einstellungen die Möglichkeit, hier Erwachsenen-Inhalte auszublenden, was ich auch machen würde, weil da in die Richtung auch immer mal wieder so ein bisschen was mit drin ist. Und das funktioniert aber scheinbar noch nicht. Einwandfrei, da waren jetzt ein paar Sachen dabei, die ich jetzt nicht so gerne mit drin gehabt hätte. Aber okay, das ist eben eine sehr freie und sehr neue Content-Plattform. Das heißt, manche Filter funktionieren noch nicht so gut und man findet wirklich jede Arten von Content, weil hier auch so gut wie keine Zensur stattfindet. Man kann das als Vorteil sehen, man kann es als Nachteil sehen, wie man möchte. Also ich sehe es so, ich weiß, was ich sehen möchte. Ich gucke mir das an, was ich sehen möchte. Das heißt, ich werde dann auch hauptsächlich Kanäle abonnieren und mir die angucken, so wie ich das auf YouTube auch mache. Und was da ansonsten so auf der Plattform passiert, ist für mich dann weniger relevant. Aber natürlich ist es auch wieder so ein Punkt, womit die Plattform dann erstmal zurechtkommen muss. Man braucht dann wieder die entsprechenden Content-Filter, damit man eben auch beispielsweise den Adult-Content erkennt und entsprechend filtert, zumindest wenn das in den Einstellungen so festgelegt wurde. Ja, also soviel dazu. Das Ganze ist also, wie gesagt, eine Content-Plattform, haben wir jetzt ein paar Mal gesagt. Da gibt es alles Mögliche, da gibt es nicht nur Videos. Wozu ich jetzt noch gar nichts gesagt habe, ist das Thema Open Source. Es gibt also die Möglichkeit, hierzu auch weitere Apps, weitere Programme zu entwickeln. Das kann jeder machen im Prinzip. Man kann also zum Beispiel jetzt einfach eine App entwickeln, die sich nur um Bilder dreht und so eine Art Instagram auf Library-Basis entwickeln. Wäre möglich, wäre so eine Option, was man damit machen könnte und was in Zukunft noch alles kommen wird. Da bin ich also auch sehr, sehr gespannt drauf, was sich da entwickeln wird in der Richtung. Die Möglichkeiten in der Richtung sind also auch so ziemlich unbegrenzt. Man kann sich da eben auf bestimmte Content-Arten, bestimmten Content beschränken und dann da eigene Apps zu entwickeln und solche Dinge. Und da wird bestimmt noch sehr viel Interessantes dazu kommen. Zur Navigation hier auf der Plattform noch ganz interessant sind eben diese, alle Inhalte hier, das haben wir schon gesehen, aber auch dann die gefolgte. Das ist praktisch nochmal der gleiche Tab hier, aber nur mit den Kanälen, also nur auf den Kanälen basierend, denen ich auch folge. Das heißt, wir sehen hier alles, was neu ist von meinen Kanälen. Wir sehen alles, was im Trend ist von meinen Kanälen und wir sehen die Sachen, die eben am interessantesten sind hier von meinen Kanälen. Also das ist noch ganz nützlich, um dann auch Content zu finden, der einem gefällt. Wie gesagt, ich nutze meistens die Suchfunktion, suche dann beispielsweise jetzt nach Arc und schaue einfach mal, was da so kommt. Und dann sehen wir schon, dass da auch viele interessante Sachen dabei sind. Es gibt schon so ein paar Arc-Leute auch auf der Plattform, wenn ihr euch da speziell für interessiert. Da findet ihr auch ein paar coole Sachen, denke ich. Da findet ihr natürlich meine Videos auch überall und ein paar coole Bauten von OnCue zum Beispiel. Der ist auch auf YouTube unterwegs und hier findet ihr auch Videos von ihm beispielsweise. Und das ist einfach der wichtigste Punkt, um hier Videos zu finden. Ansonsten, die Vorschläge sind jetzt nicht super relevant, aber das ist auf YouTube eigentlich auch ganz ähnlich, ehrlich gesagt. Ich konzentriere mich also eigentlich darauf, immer das zu suchen, was ich auch wirklich sehen möchte. Und das ist natürlich zum Beispiel Nychis. Den können wir auch mal suchen. Dann sollten wir den hoffentlich auch finden. Dann sehen wir gleich direkt hier. Erster Kanal Nychis Gaming und ich habe tatsächlich schon 148 Follower. Also danke an alle Follower hier auf Library. Und hier seht ihr dann meine Videos. Ihr seht, könnt ihr auch nochmal auswählen nach Videos, die trenden, Videos, die irgendwie besonders gut gelaufen sind. Ja, gibt es wieder die drei Tabs, die wir schon kennen. Ihr könnt auch wieder filtern nach verschiedenen Content, nach Dauer, nach Schlagwörtern und so weiter und so fort. Und hier habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Kanal zu teilen oder zu supporten. Also ihr könnt auch nicht nur Videos und ihr könnt auch direkt Kanäle supporten und sagen, hey, der Kanal gefällt mir gut. Ich will, dass mehr Leute den sehen. Ich supporte den einfach mal mit 1000 Library Coins oder sowas in der Art. Je nachdem, wie viel ihr da zur Verfügung habt, gibt es eben Möglichkeiten und ihr könnt natürlich auch folgen. Und ich kann das auch bearbeiten. Das könnt ihr natürlich nicht. Es gibt auch eine Kommentarfunktion, die da haben tatsächlich schon ein paar Leute was reingeschrieben. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, danke für den Follow. Und diese Kommentarfunktion gibt es auch unter den einzelnen Videos. Also es ist auch eine coole Geschichte. Wird hier relativ wenig genutzt und ich bekomme da auch keine Benachrichtigungen aktuell. Das heißt, ich sehe da nicht, wer unter welchem Video was postet. Aber ich gehe davon aus, dass das dann auch später noch kommt. Ist natürlich sehr schwer. Also YouTube hat da große Systeme und das ist natürlich alles ziemlich komplex, wo dann die Kommentare zusammengeführt werden, dass ich die auch bearbeiten kann. Weil ich habe ja schon ein paar tausend Videos online und natürlich bekomme ich Kommentare auch auf Videos, die schon ein paar Jahre alt sind. Und dementsprechend kommt da sehr viel zusammen und ich kann nicht bei jedem Video gucken, wer da was gepostet hat, sondern das ist eben ziemlich komplex. Dafür müssen erstmal Systeme entwickelt werden, dass die Kommentare da so zusammengeführt werden, dass ich die auch beantworten kann. Aktuell kann ich nur bei einzelnen Videos gucken, ob da vielleicht irgendwo jemand einen Kommentar geschrieben hat. Wenn wir hier oben auf unseren Wallet klicken, dann sehen wir auch, wie viele LBC wir hier zur Verfügung haben. Wir können hier auch inzwischen direkt Library Coins kaufen. Das geht jetzt ziemlich direkt und ziemlich einfach. Über Moonpay könnt ihr euch da Library Coins holen. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr seid da viel unterwegs, ihr wollt irgendwen unterstützen oder ihr wollt einfach nur ein paar Library Coins kaufen, weil ihr euch für Cryptocurrencies interessiert, dann könnt ihr euch das hier auch direkt kaufen. Mit eurer ID könnt ihr auch Cryptocurrency empfangen oder ihr könnt anderen Leuten Cryptocurrency senden. Natürlich immer nur diese Library Coins, die auf dieser Plattform eben verfügbar sind. Wir sehen hier, was ich insgesamt gemacht habe, wie viel ich gebunden habe, wie viel ich eingesetzt habe und wo genau das eingesetzt ist. Also wir haben hier diese elf Library Coins auf einzelnen Videos. Das dürften alles Spenden sein, die ich noch nicht eingezogen habe. Das heißt, die sind noch auf den Videos drauf und das hier sind Library Coins, die ich selbst irgendwo eingesetzt habe. Ich denke, das ist mein Gesamtguthaben vermutlich. Ja, das hier ist mein Gesamtguthaben minus die Veröffentlichung hier, also die Tipps, die ich noch auf irgendwelchen Videos habe. Hier unten sehen wir auch die Historie. Ich habe hier für dieses Video einen Library Coin gespendet. Das ist minus eins und ich habe 100 gestaked oder als Support gesetzt und die sitzen da jetzt eben auch auf dem Video und die kann ich hier jederzeit über diesen Button wieder einstellen. Das heißt, wieder zurückholen und dann habe ich die wieder zur freien Verfügung. Und das hier war zum Beispiel jetzt eine Belohnung, die ich bekommen habe. Das haben wir schon gesehen. Da habe ich eben viele Videos geguckt und habe dann einfach diese drei Library Coins als Belohnung bekommen. Ja, also auch diese Übersicht ändert sich regelmäßig. Die habe ich schon wieder anders in Erinnerung. Aber okay, wieder ein paar neue Dinge hier gelernt. Das ist also hier dann das Gesamtguthaben, was man momentan praktisch eingesetzt hat, was ich irgendwie auf der Plattform hier rumliegen habe. Und ansonsten, interessant ist natürlich noch der Filter. Je nachdem, wie viel ihr hier macht auf der Plattform, dann ist es auch interessant, hier einfach mal rauszufiltern, was ihr zum Beispiel alles erhalten habt, was ihr als Support gesetzt habt, damit ihr eure alten Supports wiederfindet, wenn die irgendwo in der langen Liste verschwinden oder was ihr repostet habt und so weiter und so fort. Da gibt es dann auch die Möglichkeiten, das eben rauszufiltern. Genau. Soviel zu dem Thema. Ich denke, die wichtigsten Sachen habe ich damit dann hoffentlich abgedeckt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die gerne in die Comments. Ich werde versuchen, die zu beantworten, auch hier auf Library, falls ihr lieber hier unterwegs seid. Und ihr seht zum Beispiel auch, dass das ein offizieller YouTube-Creator ist, der neig ist. Und ihr seht hier auch die Library-Adresse. Das Einzige, wozu ich jetzt noch nicht viel gesagt habe, ist das Thema Blockchain-basiert. Und dazu will ich jetzt auch gar nicht wirklich viel sagen. Also ich bin zwar so weit da drin, dass ich vielleicht ein paar unqualifizierte Bemerkungen machen könnte. Aber ich traue mir jetzt nicht zu, das wirklich alles in Einzelheiten zu erklären, wie das funktioniert oder wie die spezifische Blockchain hier funktioniert. Also wenn euch das interessiert, dann würde ich euch auch empfehlen, vielleicht direkt auf Library so ein bisschen zu gucken. Da wird das Thema Blockchain natürlich ganz viel behandelt. Auf all diesen neuen Blockchain-basierten Plattformen, Content-Plattformen wird es sehr viel und sehr intensiv behandelt. Und da findet man dann auch relativ gute, interessante Videos dazu meistens. Was auch noch wichtig zu wissen ist, man kann die Library-Coins natürlich auch verkaufen. Also man kann die auch handeln. Das ist aber ziemlich komplex mit so Cryptocurrencies. Das heißt, wenn ihr hier jetzt mehr Geld investiert und euch das irgendwann zurückholen wollt, dann solltet ihr wissen, dass es aktuell eben noch schwierig ist. Es funktioniert genauso wie bei allen Cryptocurrencies irgendwie. Aber ihr müsst da über Umwege gehen. Das ist im Moment noch ziemlich komplex und ja, unpraktisch einfach. Es ist aber schon angekündigt, dass auch die Funktion kommen soll, dass ihr Library-Coins hier über die Plattform direkt in Fiat-Währungen, also praktisch in Euro zum Beispiel, eintauschen könnt. Ich gehe also eigentlich davon aus, dass das auch demnächst kommen wird. Das ist natürlich ein bisschen komplexer, weil das immer so eine Rechtsgeschichte ist. Das muss man erst mal alles irgendwie organisieren. Aber früher oder später wird es auf jeden Fall kommen und ich würde mir da jetzt auch keine Sorgen machen, dass mein Geld da, dass ich das nicht wieder rausbekomme. Natürlich ist das eine Cryptocurrency. Das heißt, ihr solltet sowieso immer damit rechnen, dass ihr alles verliert. Also, das ist keine Anlage-Geschichte hier. Ich will auch niemandem empfehlen, irgendwie Geld in Library-Coins anzulegen. Mir geht es einfach nur um die Plattform und um das, was wir mit der Plattform erreichen können, was die Plattform werden kann, was ich mir von der Plattform wünsche und erhoffe. Und ich erhoffe mir wirklich viel von der Plattform. Also ich bin wirklich begeistert. Ich finde die wirklich toll. Ich glaube, das hat man so ein bisschen auch mitbekommen. Und ich hoffe, dass sie uns noch lange erhalten bleibt und sich gut weiterentwickelt. Ja, und damit war es das erstmal von mir zu Library. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video weitergeholfen und gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like auf YouTube freuen und oder über einen Follow auf Library. Vielleicht sogar ein Tipp. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Bis dann! Untertitelung. BR 2018